So, 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 YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen in Indien oder Bangladesch. Ich habe mal vorsichtshalber die Folgen auseinandergezogen. Wir werden mindestens 10 Minuten brauchen. Also wenn wir nicht 10 Minuten hier drin brauchen, dann würde es mich schon wundern. Wir haben einen relativ guten Startpunkt. Das könnte sogar... Nein, das ist nicht Indien oder Bangladesch, das ist Sri Lanka, ne? Ah, könnte auch sein. Aber selbst dann werden wir ein bisschen brauchen, würde ich sagen. Außer wir starten in Colombo und haben dann direkt die Sache. Aber das Problem, was wir halt hier auch haben, wir müssen in eine touristische Gegend kommen, wo die Adressen auf Englisch stehen. Das gibt es auch hier durchaus. Bedeutet aber ein bisschen rumfahren. Wir werden also ein bisschen was erkunden. Es könnte sogar Myanmar sein, oder? Ich kann die Schriften null auseinanderhalten. Middang Trade Center. Blätter, Blätter, Blätter. Blätter. Und kleine Fliegen. Ah, das hasse ich im Sommer am meisten. NST Bookshop. Ah, ich glaube, es ist gut, dass ich die Folgen getrennt habe voneinander. English Medium Studies. Ah, das ist schon gut. Das heißt, die reden hier in der Ecke auch Englisch. Dann schreiben die durchaus, Fujifilm, auch vielleicht mal das eine oder andere auf Englisch hin. Noch kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, was ich denke. Irgendwie ist alles offen. African Service Center? Nee, Agrarian. Also, wenn wir in Myanmar sind, dann müssten wir Angkorbier irgendwo sehen. Wenn wir Zigaretten sehen, dann sind wir nicht dort. Und wenn wir weder Alkohol noch Zigaretten sind, dann sind wir wirklich in Sri Lanka. Also, die kleine Fliege. Ich kriege die heute noch. Ich sag's euch. Aber wo eine ist, kommen tausend andere. Dabei ist in diesem Zimmer nichts. Ich weiß gar nicht, was die hier will. Warum sind sie nicht da, wo die anderen ist, ist? Rangani Hardware. Rangani Hardware. Das kann lange dauern jetzt. Ich glaub, die haben auch nicht sowas wie Straßennummerierung gehabt. Oh Mann. Dann kommen wir noch super voran gerade. Aber ihr wisst ja, Prost. Dann trinken wir etwas, wenn wir nicht vorankommen. Jetzt, jetzt, jetzt hat sich's gelöst. Frag mich immer, ob die dann an den Einstellungen rumspielen, dass mehr Fotos auf einmal passieren. Oder ob sie langsamer fahren und nicht einstellen, dass in wenigen Abständen Fotos gemacht werden. Was ist das denn? Oh mein Gott, sie greifen an. Killer. Schmetterlinge. Krass, wenn die so groß vor der Linse sind. Sonne ist im... Norden. Also sind wir im Süden. Würde ja bei Sri Lanka passen. Eigentlich sind wir fast auf dem Äquator. Äh. Dann würde Sri Lanka eigentlich gar nicht passen. Wenn die Sonne im Norden ist. Wobei... Schwierig zu sagen, wo sie genau ist. Die könnte im Norden oder Süden sein. Sie ist halt genau mittig oben. Wenn wir das da als Indikator nehmen, würde ich fast sagen, ist sie eher hier. Dann wäre sie eher gerade südöstlich. Dann wären wir im Norden leicht. Ich meine, egal welches Land ich im Visier habe, sind eh alle nördlich. Und Sri Lanka wäre noch das südlichste. Ich war hier auch echt ewig nicht mehr. Kann man da reinfahren? Eine Zeit lang, wenn man öfter hier ist, dann lernt man so ein paar Ecken kennen. Dann kann man sich schon ganz gut auskennen. Wenn man dann aber zwei Jahre nicht mehr hier abgesetzt wird, dann vergisst man das einfach. Dann hat man andere Merkmale von, weiß ich nicht, Kolumbien eher drauf. Und ich bin jemand, ich vergesse Sachen ganz schnell, wenn ich sie nicht wieder brauche. Da ist mein Kopf einfach so, weg damit. Wozu braucht er das? Es bereinigt sich sehr, sehr schnell von alleine. Warum nicht Indonesien? Wegen der Schrift. Das dürfte nicht Indonesien sein. Da würde Englisch dran stehen. Also es kann nur Kambodscha, Myanmar oder Sri Lanka sein. Ich kann die halt nicht auseinanderhalten. Das ist einfach nur so gekringelt. Was soll man da? Man kann es halt auch nicht lesen, was da drunter steht. Multi-Lack. Okay, ist Lack. Orange. Wann mal. Orange. Electric. Achso, ich dachte der DSL-Anbieter oder Internet-Anbieter. Weil der wäre Englisch. Tokio Super. Gut, es könnte auch eine Ecke in Indien sein, die... Jetzt habe ich sie. Doch nicht. Hatte Glück gehabt. Kleine Fliege. Wann mal, da... Neun. Was steht da? Ist das die Neun dann? Ne, neun Kilometer. Ne. B-126. Wir gucken mal. Haben die sowas wie A-B-Bezeichnung? Haben die nicht. Doch. Haben die. Okay. B-360. B-400. B-87. B-177. 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 B-400. B-87. B-177. 129 Bedeutet wahrscheinlich die 126 ist auf der anderen Seite der Insel oder so 115 Ja, die haben kein System, das ist einfach random irgendwie Oder vielleicht haben die irgendein krasses Primenszahlensystem dahinter oder sowas, was wir nicht verstehen als Europäer Oder Fibonacci Jede zweite Straße wird im anderen System hochgezählt oder sowas Oder jede ungerade Straße 125 136 122 132 112 Ich glaube, was viel besseres werde ich nicht finden 126 Wenn wir hier sind, sind wir hier irgendwo Okay, und die geht von hier oben nach da unten Wir fahren gerade Richtung Norden Das heißt, wir müssten theoretisch irgendwann auf die Autobahn auffahren Wenn wir denn da sind So, die fährt nordwestlich Norden, Osten, Süden, Westen Würde auch noch passen Also bisher spricht alles dafür, dass das durchaus sein könnte Ich muss aber auch gestehen, ich weiß nicht, wie Ähm Kambodschi ich aussah, ich glaube eher thailändisch, nicht? Mit ein bisschen mehr Ecken Sri Lanka war halt wirklich kringel, kringel, kringel Wobei ich die noch besser auseinanderhaltbar finde als andere Sprachen Also wenn man sich, glaube ich, da Mühe geben würde Würde man das schneller lernen können Sofern die Grammatik nicht kompliziert ist Oder die Aussprache bei einem Symbol 80 Laute ergeben kann Das finde ich immer am schwierigsten So im Chinesischen oder so Ich folge ja so ein paar Leuten Die auch, äh, so Ja, mal so sagen Ah, so redet man das auf Chinesisch und so Und Dann hast du einen Buchstaben Und der ist Go, ga, ge, gu, go, go, ga, go Und bedeutet halt tausend Sachen In Verbindung mit anderen Alter, das könnte ich mir nie merken Dafür bin ich einfach viel zu schlecht Mit meinem Gedächtnis Ich kann Deutsch auch nur, weil ich es, äh, gelernt habe, nicht? Als Kind Nalagama Bodhigahara Nalagama, okay Das würde passen Naja, wir sind Sprachlich hier in der Ecke irgendwo unterwegs Wenn wir jetzt noch herausfinden, wo Hier ist Gandelueva Wir suchen aber Nalagama Nalagama Da ist Migliva Oder Bodhigahara Das ist vielleicht ein bisschen größer Bodhigahara Marokalama Bodhigahara Bodhigahara Eine Schiene haben wir nicht gekreuzt Also ein Kambodscha wäre auch schon, hättest du längst am Wegesrand irgendwo einen Shop gehabt, die sehen auch anders aus und da hätte dann gestanden zum Beispiel kambodschanisches Bier, da Angkor Bier. Das ist eigentlich ein recht guter Indikator, dass du dann da bist. Hier hast du weniger Hinweise, außer die Schrift. Aber wenn du halt nicht weißt, wie die Schriften aussehen, dann kannst du sie halt auch nicht auseinanderhalten. Ich verwechsel auch Thailändisch mit Indisch und sowas, also da kannst du mich jagen mit. Ich kann mir das auch tagelang angucken und pauken. Zehn Minuten später, wenn ich es nicht gebraucht habe, ist es weg. Auswendig lernen ist keine Lernmethode, die bei mir funktioniert. Mein Gehirn arbeitet eh ganz anders. Manchmal habe ich eine Problemstellung oder ich lerne, weiß ich nicht, irgendwas, lese mir die Sachen durch, verstehe halbwegs was, mache es, es klappt nicht. Und auf einmal klappt es. So, aus dem Nix weiß mein Kopf einfach dann, ah, so geht es. Und ich frage mich dann immer, warum weiß er es jetzt? Woher? Wie hat er die Information sich zusammengesetzt, dass er es weiß? Schokolade. Chunky Choc. Oh, Schokoladefingers. Okay, sowas Gutes kriegst du in Kambodscha und Thailand gar nicht angeboten. Ja, aber sowas wie einen Ortsnamen oder so werden wir auch nicht mehr kriegen, oder? Vielleicht können wir anhand der Kilometer das abschätzen, wenn wir von unserem Startpunkt aus gucken. Und dann Nord-Süd oder so. Ich meine, jetzt fahren wir nordwestlich gerade. Wenn wir jetzt nach Westen uns weiter drehen. Das sieht halt nach einer relativ großen Straße aus. Wir gehen mal in die Straße. Vielleicht hat die auch solche Markierungen. Vielleicht steht da ja B135 oder so. Wahrscheinlich ist die zu klein und hat keine Markierung. Und manchmal überspringt man die Steine auch und dann verpasst man die einfach, weil die so klein am Rand sind. Oh, das könnte ein offizielles... Ah, ich dachte, das ist ein offizielles Schild. Nein, das ist ein Auto. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Hallöchen. Wo fahrt ihr hin? Wir reden nicht mit uns. Unhöflich. Ich wollte gerade sagen, ist da eine Kuh, aber nee, ist ein Hund. Pff. Hä? Da ist Wasser. Relativ viel Wasser. Im Norden. Das könnte hier sein. Bin ich vielleicht... hier reingefahren gerade? Ja. Oder hier? Oder hier? Hier könnte ich gerade reingefahren sein. Megilevava. Ja, ich glaube, hier bin ich gerade. Wir sind hier irgendwo. Das ist die Straße hier. Kommt, glaube ich, von der Wegführung hin. Wenn wir jetzt nochmal über den See fahren da hinten, dann wissen wir, dass wir auf der Höhe waren jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt müssten wir abknicken und übers Wasser. Wir knicken zumindest ab. Und jetzt müsste gleich Brücke und Wasser kommen. Na ja. Ist jetzt keine richtige Brücke. Aber ist schon diese Ecke hier, ne? Ach, wir fahren auch um das Wasser rum. Okay, hier steht also manchmal Wasser. Da vorne ist die andere Straße. Ja. Der Sandweg. Ja, okay. Also das, das passt. Also hier sind wir. Zack. Da ist er. Sandweg. Wow. Noch ein paar kleine Läden. Sogar eine richtige Hütte mal. Und hier ist diese kleine Straße, die reingeht. Am Wasser lang. Am Wasser lang. Ah. Okay. Das heißt, wir wissen, auf welcher Höhe wir sind. Straße passt auch da hinten weiter. Jetzt müssen wir nur bestimmen, wo wir wirklich sind. Ich gucke hier nochmal nach Süden. Da müssten wir rechts auch nochmal Wasser haben. Nur für das gute Gewissen. Ah, komme ich nicht weiter. Aber keine Ahnung, ob da Wasser ist oder nicht. Das ist die Frage, wo starten wir hier? Am südlichsten Ende der B126. Kann das sein? Ja. Ja, wir starten genau hier. Pff. Ha. Okay. Vielleicht sollte man sich manchmal den Startpunkt einfach angucken. Steht hier was auf den Blöcken? Nee, auf den noch nicht. Ich will noch jetzt wissen, ob das die 326 ist. Und dann haben wir es, würde ich sagen. Und das sind 20 Minuten. Hätte ich nicht gedacht. Dann müssen wir danach noch kurz Flaggenrad machen. Da sind noch Steine. 13, 2. Oder wir, ah, ich weiß, was wir machen. Wir machen mal ohne Bewegen. 1966. Was auch immer. Überall Steine, aber ohne Markierung. Hatten wir Glück, dass wir den einen da gesehen haben, dass das da drauf stand. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Land am Ende. Dann würde ich lachen. Afrika. Okay, ich glaube, hier kommt kein Stein, dass irgendwie nur in nicht bevölkerten Ecken kommen kann. Kann das sein? Da. 325, 26. Irgendwie so. Aber Google gönnt es uns nicht, aber es passt. Bingo Bongo. Doch woanders. Bam, bam, bam. Hä? Aber. Wieso stand da? Wir sind westlich reingefahren. Und wir sind gerade nördlich. Und da stand 300. Wie soll denn das hier funktionieren? Bin ich den gleichen Weg gefahren wie beim Start? Okay, krass. Ich dachte, ich bin mehr gefahren. Total versagt. Ja, okay. Da war ich mir jetzt gerade zu sicher. Aber wir waren doch an der Ecke. Krass, dann, das Ausgeblurrte war denn die 126, nicht? Ah, das war nicht die 300. Ah, Google. Ah, mhm. Okay. Hätte ich das lesen können, hätte ich da nicht eingeloggt, nicht? Dann hätte ich nämlich die 126 gesehen. Mann. So eine Kacke. Voll versagt. 50, 52 Punkte liegen gelassen. Eine Schmach war das. Irland 6.000, Slowakei 6.000, Ungarn 6.000, Lesotho 6.000 und Sri Lanka übermäßig und versagt. Ja. Stopf falsch. Ja, ja, ja. Das kann ja jeder im Nachhinein sagen. Und aufs Delay schieben. Ah. Aber egal. Guck mal, wie gut wir trotzdem getroffen haben. Das passt schon mal. Gut, dann würde ich sagen, eine Runde fahren bis Flaggen, bis wir vier Flaggen haben. Äh, New ist das, oder? Nee, das ist nicht New. Aber, ah. Irgendwas hier hinten ist es. New ist gelb. Aber ich weiß jetzt nichts Besseres. Da ist es. Karasau? Ach, das ist die C-Insel von Bonn-Air. Äh, A, B. Bonn-Air. Okay. Nee, hätte ich nicht mehr gewusst. Oh, Deutschland. Oh, Norwegen. Äh. Go, Togo oder Benin? Irgendwas hier. Togo. Ja, okay. Äh. Uruguay. Ah. Und da haben wir unsere vier Flaggen. Sehr schön. Dann können wir nochmal machen einen Country-Streak. Und zwar No Movement. No Movement. Nee. Ein Pinpointing. No Movement. Fünf Runden. Und dann gucken wir mal. Wir können uns jetzt nicht bewegen. Noch eine Runde. Nee. Die Runde hier ist die letzte. Eine ganze Runde aber nicht. Wir können uns nicht bewegen. Das heißt, wir können gar nicht 30.000 Punkte kriegen. Barberia La Solution. Ich würde sagen Abogados. Oh, Abogados. Nigeria, oder? Ist das nicht ein Bezirk? Abogados? Oder war das im Senegal? Also wegen Französisch hätte ich jetzt Senegal gesagt. Aber Abogados klingt so nach Nigeria. Puh, wir haben auch kein Follow-Car. Also würde Nigeria eigentlich ausscheiden. Mars, Tomate, Beruda, Apio, Le Sugar. Aber ist das nicht Spanisch sogar? Slosion, Plasa, Estaxione, Entrada? Doch, das ist Spanisch. Dann ist das nicht Afrika. Es ist Südamerika, oder? Jetzt könnt ihr mal mitraten. Ja. Ich hätte ja natürlich deswegen Afrika gesagt. Aber muss es ja gar nicht sein. Entrada. Spanien und Afrika gehört für mich nicht zusammen. Ich hätte gerade no clue, wo wir hier sind. Brasilien vielleicht? Abogados. Lospere. Abogados. Chile nicht. Argentinien nicht. Abogados. Uruguay. Uruguay sieht nicht so runtergekommen aus. Also so runtergekommen sieht es eigentlich nur hier oben aus. Abogados, Ecuador. Aber war nicht Abogados noch in Kolumbien der eine Bezirk? Portugal? Weiß ich jetzt nicht. Portugal würde ich... Wenn das Portugal ist, dann können wir Portugal dicht machen. Abogados. Ich weiß, ich habe Abogados schon mal auf jeden Fall gehört. Die Frage ist, ist es nur ein Name? Hat er sein Hotel so genannt? Wenn das ein Hotel ist. abogados? Es ist doch in Afrika. Und da ist eine spanische Ecke. Könnte auch sein. Abogados. 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 ich weiß nicht, ich sag jetzt da Dominikanische Republik in der Ecke, lustigerweise wir waren schon mal genau hier drin in dem Ort da sind wir hier rumgegurkt und nicht rausgekommen richtig hier ne, bei Marbella waren wir genau okay, hätte ich nicht erkannt Avogados, okay, dann steht das einfach nur so da Niesel Kendrat, Kompang Pengantin Kema Amir, Jalan Vakav also bis ich das Arabisch gelesen hätte hätte ich gesagt Malaysia, aber Malaysia würde noch passen, nicht? Kampung ja, ich sag Malaysia Kampung irgendwas Frage ist nur wo ich glaub Kampung und sowas könnte auch Thailand sein das ist glaub ich die Ecke ganz gut Thailand Malaysia okay Wings in Country Score mitgenommen da unten war's ah ja ich hätte auch irgendwo Thailand Malaysia dazwischen gesagt okay Runde 3 vom 5 die kleine Fliege stört immer noch äh Mongolei auf jeden Fall oder ja ich würd ja ist Mongolei nicht ist die Flagge also wir haben im Nordwesten ne Stadt wir haben nen Zug im Süden Mongolei hat glaub ich drei Zugverbindungen oder so ich bin die mal abgegangen die starten alle in der Hauptstadt irgendwo das heißt wir könnten hier runter gehen die führt nach China die andere führt nach Russland und die führt drüber nach äh genau die eine hört auf und die andere führt nach Kasachstan oder sowas oder in die Richtung ähm so und der Zug fährt aber West-Ost an der Stelle hier ist er Nord-Süd Stelle wo er West-Ost über ne Straße geht und die nehmen wir einfach hier zum Beispiel da einfach aber war auf jeden Fall die Zuglinie naja ok Ulaanbaatar Tau Ulaanbaatar hier ah hier geht's noch krasser rum ja aber sieht ähnlich aus wie unser Punkt sechs Punkte nur äh liegen gelassen Mexiko Dubai ey 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 jetzt nicht frech werden wir sind in Runde vier ok na das ist richtiger Scheiß da ist sogar ein Schild hinter kann das sein ein blau weißes oder so also da ist irgendwas auf jeden Fall boah ey gar keine menschlichen Merkmale außer die Dinger und ich kann mich immer an den nicht orientieren Österreich äh nee sieht er nach südlicher Vegetation aus wenn er sieht sieht ein bisschen griechisch italienisch aus nicht so die Bäume sind er so wie heißen die Zirkaden oder so aber auf jeden Fall Nord Nord Europa noch also nicht Nord also Nord halb Kugel Europa halt irgendwo vielleicht wegen den Farben der Poller ja ok die Farben der Poller die gibt's ja öfter aber die Poller sind halt der Hinweis aber ich weiß immer nicht wo es die gibt ich weiß nur Island sind sie irgendwie gelb nicht gelb schwarz oder so die sind recht auffällig und in dem anderen Land sind sie orange leuchten mit irgendwas aber ich mein der sieht reingepastet wie mit Photoshop aus der sieht nicht aus als ob er wirklich da steht der hat komplett falsches Licht und alles der Schatten geht nach links irgendwie gefühlt also der ist echt komisch aber das ist halt eine Stange und kein Schatten ähm tja könnte aber auch Afrika im südlichen Gebiet sein die hätten nicht so eine Straße Nordmazedonien boah Neuseeland hätte ich niemals genommen das sah viel zu schäbig für Neuseeland aus ok aber Südhalbkugel aber selber Breitengrad wie auf der Nordhalbkugel oder ne bisschen bisschen höher auf jeden Fall hätte ich nicht getippt und Runde 5 tja jetzt ist die Frage wo kommen diese Bäume vor vom Sand her würde ich Senegal sagen von den Bäumen er Ghana nach der Sonne schauen sollen aua den tipp den vergesse ich immer die ist hier im Osten das liebe ich immer leicht im Süden also sind wir im Norden das wusste ich auch Senegal oder Ghana Senegal immerhin ok 15.693 ei 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 ok also bis auf den Totalausfall ging es eigentlich die erste Runde war noch schlecht mit der Dominikanischen Republik die anderen waren dann ganz ok getroffen da haben wir zumindest das Land erkannt die beiden und der eine Totalausfall naja gut das war's mit Geotastic wir sehen uns zur nächsten Folge bis dann